Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Aljohan, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen im LVR-Zentrum für Medien und Bildung. Das LVR-Zentrum für Medien und Bildung ist eine Einrichtung des Landschaftsverbandes. Also eine kommunale Einrichtung. Und die beiden Landschaftsverbände haben sich zusammengetan und gemeinsam mit dem Schulministerium einen Vertrag gemacht über die Leistungen und die Angebote der Medienberatung NRW, für die ich hier heute stehe. Mein Name ist Wolfgang Faupel, ich bin Geschäftsführer dieser Medienberatung NRW. Unser Hauptziel ist es, die Qualität von Unterricht durch die Qualität von Medien zu unterstützen. Das hat natürlich viel zu tun mit Schulbüchern. Deshalb finde ich es auch schön, dass heute wieder Schulbuchverlage hier vertreten sind. Das hat natürlich auch zu tun mit der IT-Infrastruktur, die in Schule zur Verfügung steht. Aber wir verstehen uns insgesamt auch als diejenigen, die auf der Nahtstelle zwischen Land und Kommunen die gemeinsame Bildungsverantwortung formulieren und im Sinne dieser gemeinsamen Bildungsverantwortung nach allen Unterstützungsmöglichkeiten suchen, die wir für Schule, für die Schülerinnen und Schüler in diesem Feld organisieren können. Deshalb haben wir auch heute gerne das Angebot angenommen, die Fachtagung Englisch hier und heute zu unterstützen, hier dem Schulministerium zu helfen, für sie diese Veranstaltung zu organisieren. Wenn wir unterwegs sind auf der Schnittstelle zwischen Land und Kommunen gemeinsamer Bildungsverantwortung, dann ist das viel Kommunikation, auch viel Moderation von Dialogen. Und der Dialog mit den verschiedenen Partnern, die Schule unterstützen können, steht bei uns dann im Vordergrund. Deshalb sind wir dankbar, dass wir Ihnen heute diese Unterstützung anbieten können und leisten können. Meine Kollegin Gabi Engl, die ich schon sehr lange kenne und schätze, hat mich dringend gebeten, mich heute hier kurz zu fassen, weil der inhaltliche Input, die Einführung in die Tagung, die wird Herr Alde-Johann, Abteilungsleiter des Schulministeriums von Abteilung 5, jetzt vornehmen und ich darf Sie bitten, Herr Alde-Johann, mit Ihrer Einführung in die Fachtagung heute zu beginnen. Vielen Dank. Applaus